Hi, ich bin Isabel aus dem Gravitrax-Team. Es ist echt beeindruckend, was ihr Fans an tollen kugelbaren Welten erschafft. Ich will euch jetzt einen meiner absoluten Lieblings-Clips vorstellen. Das Video, das ich euch zeige, ist aus dem Channel Hank van Bullion und zeigt jede Menge Action-Stein-Kombination mit dem Vulkan. Die Gravitrax-Bahn wirkt auf mich wie ein Kunstwerk. Unglaublich ästhetisch und die Synchronität ist echt beeindruckend. Ab der dritten Minute seht ihr eine spannende Variante, um die Vulkane mit dem Scoop auszulösen. Die Kugeln rollen zur Gausskanone, die im Anschluss ebenfalls ausgelöst wird. Die Kugel hüpft über den Vulkan, landet im Wirbel und von dort rollt sie ins Ziel. Ich finde es mega kreativ, den Ausbruch des Vulkans zu nutzen, um die Gausskanone zu füllen und die Seite des Vulkans daraufhin als Sprungrampe für die Kugel zu verwenden. Was für eine Symmetrie und Ästhetik, gepaart mit jeder Menge Action. Das Video macht wirklich Spaß anzuschauen. Was mögt ihr an dieser Bahn besonders? Gibt es einen Trick, den ihr auch mal ausprobieren wollt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch mein Lieblingsclip gefallen hat und ihr noch mehr davon sehen wollt, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Tschüss, eure Isabel.